Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Heute mit Michael Diener, Pfarrer und Dekan in Germersheim. Es gibt Tage, an denen wird es gar nicht richtig hell, selbst wenn es hell wird. Eigentlich bereiten wir uns auf den Frühling vor. Wir hören die Vögel draußen zwitschern, mehr und mehr. Die Frühlingsstürme haben wir vielleicht hinter uns. Und jetzt kommen ja auch die Faschingstage. Und da werde ich heute Morgen wach und höre vom Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine. Und das durchfährt mich. Wie kann das sein? Wir dachten, das haben wir hinter uns in Europa, dass wir glauben, mit Waffengewalt irgendeine Frage lösen zu können. In meinen Gedanken, in meinen Gebeten bin ich bei den Menschen in der Ukraine, bei den Soldaten auf beiden Seiten und pflege und hoffe auf ein gutes und dennoch ein letztlich friedliches Ende, bevor die Spirale der Gewalt sich immer weiter dreht. Und ich frage mich, was gibt mir jetzt Mut und Hoffnung? In meinem Büro hängt schon seit vielen, vielen Jahren ein Bild. Ich will es Ihnen ganz bewusst heute Morgen zeigen. Gemalt hat es Janet Brooks Gerloff. Seit 1992 hängt es im Kreuzgang der Benediktinerabtei in Cornelienmünster. Die Mönche sehen es, bevor sie zum Gottesdienst in die Kirche einziehen. Es zeigt die Emmausjünger auf dem Weg nach Emmaus. Ihre Gestalten sind schwarz gezeichnet, weil sie voller Trauer sind. Der Blick in die Landschaft ist karg. Es gibt nicht viel, woran das Auge hängen bleibt. Und da ist die eine nur schemenhaft angedeutete Gestalt, die sich zu Ihnen kehrt. Man merkt, dass der Gesprächspartner zur Linken sich hinwendet zu dieser Person. Es findet ein Gespräch statt. Und auf einmal wird alles anders. Noch immer ist das, was passiert ist, bedrückend, damals in Jerusalem. Noch immer ist die Zukunft karg und vielleicht auch trostlos. Aber in der Gegenwart dieses Begleiters entsteht etwas Neues. Bleibe bei uns, weil es Abend wird. Bleibe bei uns, wenn es dunkel ist. Ich glaube, dass viel Mut und Hoffnung in unserem Leben daraus wächst, dass Jesus Christus mit uns unterwegs ist. Dann, wenn es Frühling wird. Dann, wenn in Corona-Zeiten alles anders ist. Dann, wenn es gar nicht richtig Fasching werden will. Aber vor allem dann, wenn wir von Krieg und Kriegsgeschrei hören, es uns betrifft aber noch viel mehr andere. Dann gilt, Christus bleibt bei uns und er geht mit uns in und durch diese Zeit. Das ist der Trost des Evangeliums und der Grund zur Freude, auch an diesem kommenden Sonntag und in diesen Tagen. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.